so welcome back to freedom 2 level 31 das secret level was wir letztens eher durch zufall entdeckt hatten jetzt muss ich mal kurz überlegen sollte passen da war schon mal ein cyberdemon schon mal eine sehr schöne information was geht doch nicht rum was ersthaft jetzt ähm auch 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 Ich bin gleich tot! Ah, ich hab den fast geschafft! Ich kann wohl die Fritz halten! Ah, hallo! Ah, hallo! Ah, hallo! Bist du hier auf mich oder was? Was ist los mit dir? Oh, das wird jetzt! Oh, mein Gott! Ich höre doch mehr Cyberdemon! Wie kommen wir jetzt hier raus? Hallo? Ah, wow! Hä? Hä? Ach, man soll ihn telefrägen! Oh, komm, leck mich! Ich sag jetzt nur, wie geht das Ding aus? Jetzt sag bitte nicht, es wird ins Timer gesteuert! Ähm, hallo? Ich doch! Oh, das muss man schießen! Oh, das muss man schießen! Oh, das ist ein Problem! Oh, das ist ein Problem! Oh, das ist ein Problem! Ah, wow. You can get that thing, y'all. Sehr schön. Also eine komplizierteuse中国. All right, da. Hier ist logik gar nicht. Soooo Ich sterbe ja gleich Ah, geht das Ding auf? Ja, geht das Ding auf. Ja, geht das Ding auf. Ja, geht das Ding auf. Ach, leck mich doch am Arsch. Ernsthaft jetzt? Oh, I hate you so much in the ass. I hate you, olikram Arsch. Stay alert. Wie kann man das schaffen? Wie kann man das schaffen? Wie kann man das machen? Vielleicht muss ich die noch gar nicht umbringen. Wow. Ich kann den Schalter nicht drücken, solange der Bastard davor ist. Aha. Geht doch. Holy moly, Alter. Ey, ist ja was für... Eingesessene, eingesossene, eingerostene. Wie komme ich jetzt hier wieder raus, offiziell? Aha, okay. Cool, das war dann auch erklärt. Oh, das war ein Raum von wahrscheinlich sechs Sequence. Oh Gott. Oh Gott. Och, leck mich doch. Das wird für Spaß. Das ist ja was. Das ist ja was. Oh Gott. Was? Oh, Mann, Alter, wo denn ein Schalter? Oh, wow, ich brauche noch eine gute Karte für. Oh, Gott, ich versuche erstmal den Schalter zu drücken. So, sechs Schalter haben wir. Ach so, wow, da sind, ja, fahrt nicht da. Ah, und auch Monster. Ach, das sind über... Ach, lol. Wow, okay, das ist natürlich mies. Oh, ich will den Schalter drücken. Aha. Was? Oh, I hate you so much. In the ass. Na, das war zu langsam. Okay. Oh, gut, lasse ich erstmal links fliegen. Och, Alter, er hat das jetzt? Ich habe sowas von kein Bock mehr. Wie zum Fick soll das was werden. Kann ich ganz dazu im Rand gehen und dann so tun? Ja, von hier aus schießt er nicht. Okay, heißt also, ich brauche nur ganz nah rangehen. Jawohl! Was? Ah! Also, ich muss diesen Schalter drücken, kommt da aber nicht ran, um ihn zu drücken. Was ist das jetzt hier? Ach so, ja, das war ja. Ah, Alter. Hä, ich gebe keinen Schalter. Ach so, ah. Ich habe doch alle verrückt geworden, ey. Das sind immer noch mal, ja. Die 50 wird nehmen, das Ding. Gut, aber erst hole ich mir mal meine Plasma wieder. Ja, komm jetzt hier. Oh Gott, das kommt der nächste. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich den besiege. Kommt der hier rein? Da kommt der hier rein. Okay, das war das Ganze dann doch etwas schwieriger. Oh, wow. Um nicht zu sagen, unmöglich. Wow. Wie abgezogen von 5 Daumen ist ja auch sehr effizient. Das ist ein Albtron. Wie machen wir denn das? Ach so, ich sehe, ich kann hier schon mal reingehen, dann kriege ich schon mal das Secret gut geschrieben. Okay, wovon habe ich am meisten? Hiervon habe ich auch noch ein bisschen. Ey, das sieht sogar richtig gut hier. Ja, er zieht mir aber auch sehr gut ab hier. Alter, das wird doch so nichts. Ach du Kacke. Ja, findet wovon Scheißdrecks gedürzt. Ah! 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 oh fuck off jetzt hier mal ein bisschen die stärkeren waffen hier einsetzen gell hat man auch das geht hier wieder genau das ist genau der gleiche raum aber wo geht es denn da gibt es noch irgendein schalter den ich drücken kann ich richtig muss naja dann erstmal die nächste türen mal gucken was ich da erwartet oh gott da ist der schalter oh gott oh nein ihr hört mich doch verarschen oder ach the exit lol zwei exits auch nicht schon wieder eins davon äh secret exit ah ah das eine davon ist auch kein exit ja der guck jetzt das andere ist dann aber wahrscheinlich ein ja das ist exit kommt man damit wieder in ein normales level oder well blablabla around not again blablabla deine mutter im main es ist auch ein secret exit oh gott ich will nie mehr ach du kacke gehst du mal normales exit ich will raus hier oh gott alter ja ich habe keine ahnung was wir machen sollen ich sehe aber auch keinen schalter hinter ihm mal gucken da ist kein schalter da könnte ein schalter sein oder irgendwas anderes auf jeden Fall sind das beide secret da kommt man also bei beiden stellen hin die Frage ist halt nur wie was soll das befragen kriegst du die Angst? Was kriegst du da? Okay, wisst du was? Hier, komm. Ja, der Angriff war nicht sehr effizient. Fuck, voll daneben. Oh, schon wieder. Hallo. Ich hab den Rieger schon um zu verschwenden. Ich hab den Rieger schon. Ich hab den Rieger schon. Ich hab den Rieger schon. so kann ich mich da verstecken warum brennt hier was eine verschwendung so jetzt ist es einfach ein er ist aber hinter doch nicht ich werde hier herum teleportiert wie so ein kleiner ach so kann die runterfallen wow und wo ist jetzt noch das normale exit und mensch mal dies kein normales exit oder wochen wir jetzt kommen vergessen wir meine lüge ach leck mich gut dann wollte ich ganz rakett und nicht verschwenden da hat dort ein geschieh direkt rein faktische dachaut Ah, halt also nächstes Mal dann erstmal mein nächstes Secret-Exit. Äh, Secret-Level. Oh Gott, ich hab dein Secret-Level recht erstmal. Aber nein. Schau mit V.